Super! Warten! Stefan, der Atomistik Ronasek, fährt sich warm. Er wird uns den Windschatten geben. Er fährt alles durch, alle Runden, wie am Hinterrad. Endlich ist unser Held da! Unser Weltcup-Starter macht sich bereit für die nächste Runde. Hier tut mir auch weh. Wo tut er weh? Jetzt hör auf! Ja, hoffentlich werden wir diesen nicht benötigen. Nein, sicher nicht. El ist auf der Strecke und gibt alles. Wunderbar! Stefan, noch eine 22. Runde! Super! Ah, Michi! Das ist schön! Sehr gut! Endlich im richtigen Dresen! Stefan, noch eine 20. Runde! Ja, in die Karte gerufen! Ja, in die Karte gerufen! Runde gerufen! Runde gerufen! Runde gerufen! Runde gerufen! Runde gerufen! Runde gerufen! gut mamm Soldat, noch eine 20. Runde gerufen! Runde gerufen! Runde gerufen! Runde gerufen! Runde gerufen! Das ist ganz knapp vorne. Super. Super. Das sind echte Qualen, das will das Publikum sehen, kurz vor dem Ende, die neunte Runde. Was?